hallo und ein herzliches willkommen zu einer neuen folge von minecraft interactive und es ist dunkel geworden ist regnend ich kann nicht schlafen gehen ich hoffe ich hoffe ihr könnt was sehen ich hoffe jetzt dass das gleich richtig nacht wird zwischenzeit ich glaube ihr könnt fast gar nicht sehen ist jetzt blöd ein bisschen aber ich kann leider nichts ändern so kann ich jetzt zu schlafen gehen nein immer noch nicht das wetter ist scheiße wartet mal so es hat aufgehört zu regnen was für ein wunder ich danke den göttern so endlich unter die scheißsonne komm komm sieht aber echt mal wieder richtig schön aus hier ne boah sieht das geil aus endlich so zack morgen so ach ja ach dieses clay farm minecraft mine more ach war das nicht eine schöne zeit hat mir echt spaß gemacht das projekt hat mir echt spaß gemacht schauen ob man hier vielleicht noch mal sowas machen kann mein boah 2.0 vielleicht das ist echt richtig nice sooo aber sooo aber sooo aber sooo aber sooo aber jetzt haben wir zwar ein sumpfbiom gefunden bisschen clay ich würde gerne mal ein pilz biom finden ich weiß nicht ob die selten sind oder wie selten die sind aber ich denke mir die sind ziemlich selten ich laufe vielleicht mal durch die wüste da sind nämlich nicht so viele bäume so wo ist das ja perfekt lol lol ist es ein killer kannigle zur rote augen so weil ich leider auch nicht wie hier häufig die vorkommen ich würde hier vielleicht noch mal gern durch die wüste gehen vielleicht finden wie ouch vielleicht finden wir noch mal irgendwie so ein tempel da könnten diamanten drin sein hm ist auch hier eigentlich so das erste mal wo ich so richtig die welten meines servers erkunde also ich habe halt echt keine ahnung wo hier was ist ich meine jetzt die plot welt wo die das dann häusen baut drücke ich in und auswendig schon fast oh da hinten ist da was schönes ähm das jetzt hier sehe ich irgendwas anderes habe ich keine ahnung von aber mal 0,0 so du das möchte ich aber auch noch holen hier du welcher höchst du mir denn gerade jetzt können wir uns dann gleich schon brot machen das wäre genial das wäre genial und wir können hier sind noch villager warte mal dann sollten wir nicht die ganzen felder abwehren und du für scheiß Sachen gerber euren librarian fleischer ach warte mal ich suche erstmal hier schmiede ach warte mal ich suche erstmal hm ja es geht besser oder ohne äh mach ich ach neuer schwert sehr gut was soll ich wegschmeißen das hier kommt lava so wo hm hm das wäre echt ein großes Dorf oder es ist echt groß was gibt es hier vielleicht ne meine güte das muss doch hier irgendwo bücher geben oder was was bist du ein fleischer lass mich warten du bist auch ein fleischer was was ist das hier für ein häusel was ist das hier für ein häusel wow man kein einziges buch schon ein zweiter fand ich ich glaub es nicht ok 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 so so hm in welche Richtung bin ich jetzt weiter wer sind die hier das kommt rein 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 wo oh 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 der bin unser erster tot gewesen so ich sehe gerade die uhrzeit aber wir haben noch ein kleines bisschen ich möchte nur so ein bisschen vorankommen eigentlich ohne dass ich da jetzt mal liegen so glaube ich jetzt geht es im winterby rum gut dann würde ich sagen was das in der heutigen folge wenn es euch gefallen hat würde ich mich über eine bewertung freuen und natürlich auch über ein abo und dann sehen wir uns morgen wieder also bis dahin macht's gut euer waschmeister und tschau 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 tschau